Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Hier präsentiere ich euch einen kleinen Zusammenschnitt meiner noch zu erledigenden Erfolge aus der Verlängerungsherausforderung. Es war nicht mehr so viel und ich hacke und ich hacke hier. Ich habe es geliebt dort. Der Hackfleischhastwitz, der Hacker war wieder unterwegs. Jedenfalls musste ich noch einige Erfolge machen. Die Drohnen und Munitionskisten in den Block. Ein paar Wasserfälle musste ich noch besuchen. Und dann noch zu guter Letzt, er ist wieder am Hacken. Oh Mann, was habe ich da gehackt? Und zu guter Letzt noch Drohnen und Munitionskisten bei einer Rennstrecke oder einem Tanzlokal. Wahl ist recht schwierig zu schaffen, weil ja fast praktisch halb Fortnite dort in diesen Gebieten unterwegs war. Jeder wollte den Erfolg. Ja, also hier im ersten Teil bin ich halt auf der Suche nach dem Drohnen in den Block. Hier gerade nicht. Aber da hatte ich glaube ich noch eine Damm zu machen. Der arme Kerl sollte man dringend seine Internetleitung überprüfen. Und schon hängt er wieder. Ja, sorry Kumpel. Ja, ach so ja, das war die Daily. Eliminierung mit Strom, genau. Wo kam der her? Wo kam... Wo... Au! Wo kam der Letzte? Da waren auf einmal drei, das hat mich völlig überfordert. Ähm. Und schon wieder wird gehackt. Und da läuft er. Er sucht sein Heil in der Flucht. Wird er es schaffen? Wird er eine Waffe greifen und mich erschießen? Wir werden es gleich erfahren. Da, er hat eine Waffe. Schießt, schießt wie wild. Und braucht noch einen Schlag. Und da war der Schlag. Und der arme Kerl. War tot. Yo, die Munitionskiste in seinem Block habe ich auch abgehackt. Und im zweiten Teil ist dann ein Winschnitt aus dem Livestream. Ich verabschiede mich mal dann, weil... Im Livestream verabschiedet er dann schon. Braucht er mich hier nicht mehr. Bis dann. Ciao. 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 Da war einer. Meine Kiste. Nein, das kommt, Alter. Ach, fuck. Da haben wir jetzt zwei Kisten. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mir etwas verschätzt mit dem Einflugswinkel. Was? Könnte... Hier, schnell über den Berg noch. Und dann könnte es klappen. Mann, ich will die Pistole, Alter. Oh, nicht das Brett. Okay, tschüss. Tschüss. Ah, nein, nein, nein. Au, au, au. Uh, uh. Uh. Das hat weh. Schnell. Trinkgestock. Ich weiß nicht. Ah. Idiot. Naja. Ach. Weg mit euch. Lasst mich in Ruhe. Meine Kisten. Allesamt. Dem helfe ich eine Bombe an. Schnauze. Keine Kiste da. Ausgetrickst. Ausgetrickst. Uh, uh. Komm her. Tschüss. Oh. He he. Du kleiner Hosenscheißer. Auch keine Kisten mehr für dich. Nein. Wartet doch auf mich. Weg die Finger weg. Du kleiner Hosenscheißer. Da hinten überall stecken sie. Oh. Oh, was ist das? Huhu. Aufgemacht. Huhu. Huhu. Nein. Nein. Was? Aber ich habe eine Kiste aufgemacht, oder? Die habe ich doch aufgemacht. Oder nicht? Oder was? Was jetzt? Scheißen-Treck. War ich es nicht? Oder wie? Oder was? Mal gucken. Da fliegt einer. Da vorn. Ich sehe ihn. Wie an seinem Schirm hängt. Wie Mary Poppins. Da kommen noch welche rein. Und die Kiste ist nicht da. Meine Kiste. Meine geliebte Kiste. Oh, den knall ich jetzt in der Falle von Latz. Sportsfreundlich. Ah, hier habe ich auch noch eine Kiste. Huch. Nicht auf mich schießen. Ich habe doch nichts getan. Friedfertigste Mensch der Welt. Rottst euch die Köpfe ein. Das sind auch schon mal welche. Meine Fresse. Wie die Geierer. Aua, mein Kopf. Arschloch. Glaubst du, du hast einen Juni gebracht? Vergiss dich. Nein, der ist klar. Ja. Tot. Ah. Nervenkitzel. Ich höre doch schon wieder die Kleider aufgehen. Lasst mich doch mal meine Kisten. Ich brauche doch nur noch zwei. Den Rest könnt ihr nehmen. Geil. Puh. Halleluja. Ja, Nummer eins. Was? Was? Der holzt hier rum. Nummer zwei. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Geil. Ich muss mir diesen Ärger nicht mehr antun. Das wäre auch noch eine Krippe.